Was ist die erste Ausdruck? Was ist die erste Ausdruck? Generell finden wir Justy eigentlich ganz eine gute Sache. Es ist sehr nahe bei den jungen Leuten, Lernenden. Es ist eine peppige Homepage. Und die erste Ausdruckperson natürlich auch von den Schulen, die kommen. Und es ist eine gute Sache. Wir sind natürlich durch Justy sehr nahe dran zu den Schülern und haben natürlich engen Kontakt. Wir finden, ihr macht eine ganz wichtige Arbeit für die Schüler, dass sie möglichst auch gut bei den Bewerbungen mit Fotos daherkommen. Das ist für uns auch sehr wichtig nachher. Und vor allem grundsätzlich, dass sie sich auch gut informieren können über die einzelnen Berufe. Weil wir wollen ja Lernende haben, die sich mit dem Beruf auseinandergesetzt haben. Und da leisten sie einen ganz wichtigen Beitrag. Die Qualität der Bewerbungsfotos kann sehr unterschiedlich sein. Und hier haben sie wirklich die Möglichkeit, ein professionelles Foto zu schiessen. Und das hat einfach auch einen starken Einfluss auf das Bewerbungsdossier. Und das merken wir stark. Wir sind seit der Gründung der Justy sind wir dabei und können uns unterstützen, weil ich finde es sehr wichtig, dass man mit der Zeit mitläuft auf die heutigen Jugendlichen, die eben so digitalisiert, sagen wir mal, dran sind im Allgemeinen. Und ein sauberes Foto, eine gute Bewerbung, das ist ein sehr wichtiger Einstieg. Und ihr könnt den Jugendlichen gut unterstützen und ihnen, sagen wir mal, die erste Überwindung, die erste Angst im Prinzip, nein. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir dabei sind und euch unterstützen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund.